Ähm, warte, du, du ihn? Wir schreiben, komm, wir laufen zusammen. Oh! Ey, was macht der Typ? Oh fuck, was soll das? Ja! Ich bin der Junge, Junge, Junge. Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Guck mal, was für eine schlechte Videoqualität der Vive hat. Hey, mach die richtige Game rein, das ist die. Guck mal, wie gut die Qualität jetzt ist, meine Freunde. Wow! Leute, heute steuere ich mal Evive HD auf OmmeTV. Und ich werde jetzt nochmal eine ganz kurze Instagram-Story machen und Bescheid geben. Hey, Leute, das Opfer ist gerade... Ey, mach doch nicht. Warum? Ja, dann kommen noch mehr Zuschauer. Richtig, das wollen wir ja haben. So, Leute, wir machen eine Runde OmmeTV, meine Freunde. Ich darf diesen jungen Mann hier heute fernsteuern. Schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. So, Leute, ich habe mir ein paar Aufgaben ausgedacht. Lukas, mach dich mal bereit. Du darfst heute sämtliche Tiere des großen und kleinen Zoos nachmachen. Ich würde sagen, wir fangen an. Rein in die Masse. Auf geht's. Oh mein Gott. Nein. Zeig dein Gesicht. Zeig dein Gesicht jetzt. Zeig dein Gesicht jetzt. Zeig das Gesicht sofort. Zeig dein Gesicht. Zeig dein Gesicht. Zeig dein Gesicht. Zeig dein Gesicht. Was ist ein Video? Ich mache dir gar nicht. Zeig mir dein Gesicht jetzt. Ich mache dir gar nicht. Zeig mir dein Gesicht, Junge. Zeig dein Gesicht. Hey, Digga, zeig mir dein Gesicht, sonst komme ich da hin. Ich weiß, wo du wohnst. Hallo? Ich weiß, wo du wohnst. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Ey, hallo? Ey, was? Hä? Ah, was? Okay, mach weiter. Ich hasse dich, ich hasse dich, mach weiter. Digga. Mach mal die Vorhänge auf. Mach mal die Vorhänge auf. Mach mal bitte die Vorhänge auf, Bro, bei dir. Mach mal bitte die Vorhänge auf. Ja, bin ich. Ich bin der echte, ja, ich bin sauber rühmt, so, ich bin der Weif, ja, ja. Bin der berühmt und so, ja, ich bin der Weif. Mach mal die Vorhänge auf, bitte. Mach mal, mach die Vorhänge auf. Zeig mich nicht, wenn die Vorhänge nicht aufhören. Mach die Vorhänge auf. Mach die Vorhänge auf. Ich will sehen, wo du wohnst. Mach die Vorhänge auf. Ich will sehen, wo du wohnst. Ich will sehen, wo du wohnst. Ich will es sehen. Was ist das für eine hässliche Tapete? Was ist das für eine hässliche Tapete? Was ist das für eine hässliche Tapete? Ekelhaft. Wie kannst du da wohnen? Ja, vorhin, Digga. Na, nimmst du Drogen? Du nimmst doch Drogen, ich sehe es doch. Du bist doch ein Drogensüchtiger. Du bist doch ein Drogensüchtiger, oder? Wie alt bist du? Mach zu, das blendet. Boah, mach zu, ich sehe nichts mehr, das blendet. Mach das zu. Was ist mit dem Typen los, Mann? Und jetzt bellen wir. Jetzt gehen wir alle Vierer auf den Stuhl und mach mal ein bisschen Wir sind Wölfe und wir laufen zusammen. Ähm, warte, du gehst. Wir sind Wölfe und wir laufen zusammen. Willst du in meinen Rudel kommen? Willst du in meinen Rudel kommen? Geh mal in die Ecke und tu mal so, als würdest du da hinpissen. Alter, was macht der Typ? Oh mein Gott, ein Hacker. Oh mein Gott, ein Hacker. Hast du meinen YouTube-Account gehackt? Hast du damals meinen YouTube-Account gehackt? Du warst das, ne? Ja. Das warst du, oder? Hast du die Videos von meinem Mini geleakt? Hast du die Videos von meinem kleinen... Ich hab so einen kleinen Pille, Mann. Mein Pille, Mann, ist so klein. Das hast du geleakt, du Hacker. Hast du geleakt? Ich wusste es. Wie viel Bitcoin soll ich dir geben? Wie viel Bitcoin willst du denn haben? Wie viel Bitcoin? Komm, sag mir, wie viel Bitcoin du haben willst. Komm, wie viel Bitcoin willst du haben? Ich kann dir jetzt 20 Bitcoin geben. Das sind 100.000 Euro. Ich kann nicht rechnen. Ich kann dir 20 Bitcoins geben. 100.000 Euro. Wenn du willst. Einfach easy. Ich bin reich. Okay, pass auf. Ich hab für dich eine Challenge. Wenn du dir dein Handy in den Mund steckst, dann kriegst du für immer 100.000 Bitcoin. Ich hab für dich eine Challenge, ja? Wenn du dir dein Handy komplett in den Mund steckst, 100.000 Bitcoin. Und sobald er es anfängt, dann machst du weg. Und mach weg schnell. Ja, was? Ja, was? Guckst du so? Guckst du so? Findest du es witzig? Findest du es luchten. Wenn du jetzt ein Foto machst, geh ich weiter. Wenn du jetzt ein Foto machst, geh ich weiter. Ist das Paluten-Merch? Ist das Paluten-Merch? Oh mein Gott. Okay. Ist das Paluten-Merch? Oh mein Gott. Cringe. 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 Paluten. 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 Freedom Squad. Freedom Squad. Hey, hier ist Manuel und Paluten. Ich bin eine Wife. Ich bin eine Wife. Hau mal deinen Kopf am Tisch, eine Wife. Paluten. Nochmal. Ich hab Probleme. Was hast du gesagt? Ich verstehe nur, ich habe Paluten-Merch. Willst du ins Video rein? Willst du ins Video rein? Gerne, ich gucke deine Videos jeden Tag. Ich mache schlechte Videos. Ich mache schlechte Content. Ich mache sehr schlechten Content. Ich mache sehr schlechten Content. Hoffentlich werde ich bald von YouTube gebannt. Hoffentlich werde ich auch bald von YouTube mal gebannt. Aber das Video kommt auf den Kanal von Revi. Der ist super. Revi ist super. Kennst du Revi? Der Erfolgreiche von der Chaos-WG damals. Der ehemalige Mitbewohner. Der Erfolgreiche von der Chaos-WG. Der hat ja mal ein paar Luten zusammen gewohnt. Der ist jetzt mega erfolgreich und gut aussehend. Und Revi ist jetzt halt mega erfolgreich. Ich habe einen kleinen Lullefurz. Tschüss. Ich habe einen kleinen Lullefurz. Tschüss. Das ist ein Lullefurz für den Dinger. Was ist denn? So, Lukas. Beim nächsten. Bevor wir jetzt beim nächsten reingehen. Du kennst es ja, wenn man sein T-Shirt so vorne in seinen Kragen reinsteckt. Damit man so einen Crop-Top hat. Na, egal. Das mache ich nicht. Ich mache es nicht. Warum? Weil ich es nicht mache. Weil ich es nicht mache. Du meinst das hier, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Komm. Sag mal. Okay. Ich freue dich auf ein bisschen Bauchtanz. Bis gleich. Kannst du dir gleich einen... Nee. Doch. Ich habe ihn doch gefunden. Okay, pass auf, Bro. Ey, pass auf. Ist es okay, wenn du ein Video bist? Ist es okay, wenn du ein Video bist? Ja. Okay, pass auf, Bro. Lukas, du gehst mal auf Spotify, auf YouTube jetzt. Geh mal auf YouTube und mach dir so ein Copyright-Free-Beat an, okay? Und dann freestyles so ein bisschen, okay? Ein bisschen rappen. Sag mal, ey, Digga, ich nehme gerade ein Album auf. So bin gerade mit Thunder Skiller produzieren. Ey, du kennst Thunder Skiller, oder? Ja. Ich mache mit dem gerade ein Album zusammen. Das heißt Street Credibility Gangster Fortnite 4. Wir machen Street Credibility Gangster Fortnite 4 Album. Kommt da nichts raus. Das sind halt Standardskill, I Cry Max, ich und Drachenlord. Hast du das Dreier-Album schon gehört? Nee, überhaupt nicht. Ja, pass auf, ich will dir kurz was vortragen aus dem Album. Kannst du dir aus dem Album kurz was vortragen? Ach doch. Okay. Und du musst jetzt richtig Offbeat sein die ganze Zeit, okay? Okay. Yeah, Evive. Wir fahren Fortnite und gehen voll rein. Ich bin eine Wife, mein Pfeil ist klein. Yeah, mein Pfeil ist ganz, ganz klein. Ich bin eine Wife. Und ich hau dir eine rein mit meinem Bauch. Mein Kopf ist groß, du bist ein Lauch. Mein Kopf ist groß und mein Controller auch. Du bist ein Lauch. Die Lampen sind aus. Zieh mal dein T-Shirt aus. Zieh mal dein T-Shirt aus. Ich vergiss es. Und jetzt mach Pause und sag, der Song heißt Minecraft Creeper. Der Song heißt Minecraft Creeper. Fandst du gut? Ja, total. Skala von 1 bis 10? So eine 2. Okay, und jetzt steh auf und schlag deinen Stuhl um und dann mach weg. Und boxe dich dagegen, weil... Ja, schrei richtig rum, schrei richtig rum. Und jetzt weiter. Digger. Schillig, Digger. Schillig. Lukas, ich möchte jetzt, dass du ganz kurz, bevor du... Also wenn wir gleich den nächsten Kandidaten haben, du fragst ihn kurz, hey, alles gut und sowas. Du hast ja noch einen anderen Schreibtisch da hinten, ne? Und dann setzt du dich in die Ecke und fängst einfach so unter dem Schreibtisch, setzt du dich in die Ecke, dass die dich sehen können und fängst du an zu heulen, so. Hey, warte, ich frag erst, ob alles gut ist. Ja, ja, sagst du, hey, es ist cool, wenn wir... Ich nehm dich kurz auf, ich mach so ein kleines Video-Quiz und so. Und dann mittendrin, stellst du eine Frage, was glaubst du? Und dann geb ich dir die Frage und dann rennst du einfach los da hinten hin und fängst an zu heulen. Okay, okay. Hallo? Was geht? Was geht ab, Bro? Nichts mit dir? Ey, Bro, ist cool, wenn du so verpixelt im Video bist. Ist cool, wenn man dich verpixelt im Video sieht? Zensiert so. Worum geht's? Zensiert halt. Wir machen Straßenumfragen. Straßenumfragen, so zensiert. Ey, komm mal raus. Okay, pass auf, Bro. Ich hab eine Frage an dich. Wenn man einen Film macht. Wenn man einen Film macht. Was braucht man da? A, ein Tonstudio. Was braucht man da? A, ein Tonstudio. B, ein Zementatelier. B, ein Zementatelier. C, ein Myrtlehaus. C, ein Myrtlehaus. Oder D, ein endoplasmatisches Reticulum. Oder D, ein endoplasmatisches Reticulum. Und wenn er antwortet, rennst du einfach los. Kopfhöre ab und dann darunter. Du hast 10 Sekunden Zeit. Also A, B oder C. B, ein Zementatelier. Ah, yes, yes. Das ist Nossa. Der checkt nicht, dass da schon längst wer anders ist. Ich sag jetzt einfach mal gar nichts und wir gucken mal, wie lange wir das durchziehen können. Mal kurz auf Klo. Wer bist du? Wie lange guckst du hier schon zu? Wie lange guckst du hier schon zu? Alter. Alter, what? What? Pass auf, das durchnichtige Genital in Deutschland. Das durchnichtige Genital in Deutschland. Ist A, über 15 Zentimeter. A, über 15 Zentimeter. B, über 16 Zentimeter. B, über 16 Zentimeter. C, unter 12 Zentimeter. C, unter 12 Zentimeter. Oder E. Oder E. Genau, 14 Zentimeter. Und wenn er die Antwort sagt, sagst du, meiner ist viel kleiner und rennst in die Ecke und holst. Ich würde sagen, über, warte, über C, was war C? 16. C ist, ja, ich würde schon C sagen. Meiner ist viel kleiner. Der Typ ist komplett verwirrt. War kurz auf Klo. Ich bin der Weif, ich habe einen kleinen Wanz. Aber ich bin der Weif und ich habe einen ganz kleinen. Okay, hau rein, ne? Ciao, ciao. Auf keinen Klo. Ciao, Bro. Digga, Junge, Junge, Junge. Chilliges Video, Digga. Wirklich chilliges Video. Das war es mit einer absolut arschgeilen Runde von OmelTV. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall gerne bei der Weif vorbei. Das Video kommt am Sonntag bei ihm der zweite Part, wo ich ferngesteuert werde. Ich denke mal, da werde ich ziemlich hops genommen. Ich würde sagen, an der Stelle bin ich doppelt einfach raus. Macht es gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.